Diese hier angebotene Einzimmerwohnung ist ab Oktober 2013 zur Zwischenmiete frei. Die Wohnung befindet sich in Büsseldorf-Rath. Das Objekt wird über eine Etagenheizung beheizt. Die möblierte Wohnung umfasst eine Fläche von ca. 27 Quadratmetern. Die Pauschalmiete beläuft sich pro Monat auf 450 Euro. Wir freuen uns Sie näher zu informieren. Untertitelung des ZDF für funk, 2017